Hey! Als mit den Menschen, die wir lieben, gemeinsam glücklich sein. Ein Moment, der uns festhält, der uns leben lässt, der uns immer wieder mitnimmt. Denn Momente wie diese sind das Leben, das uns wirklich atmen lässt. Das bleibt für immer, die uns noch nie zu Ende gehen. Momente wie diese sind dafür einfach zu schön, das bleibt für immer. Vergessen werden wir nie, kommt die Zeit auch nicht wieder. In unseren Herzen stilten, wenn ein Augenblick so schön ist, dass es niemals enden soll. Dann haben wir alles, wovon wir träumen, stehen zusammen, wundervoll. Hier und jetzt unendlich soll es sein, nicht irgendwo im ganzen Land. Hier zusammen, wo wir stehen und in den Armen liegen, das wird nie vergehen. Das bleibt für immer, uns noch nie zu Ende gehen. Denn Momente wie diese sind dafür einfach zu schön, das bleibt für immer. Das ist echt der Wahnsinn, wie schnell diese drei Stunden vergangen sind, wie so ein Wimpernschlag, einfach zapp und weg. Viel zu schnell, ich habe ein bisschen schweres Herz. Euch auch. Es war sehr schön, liebe Zuschauer, Ihnen nochmal ein ganz, ganz frohes und glückliches neues Jahr. Schön, dass Sie dabei waren. Genießen Sie es, bleiben Sie uns treu. Überhaupt, ZDF weiterkuchen, Nachrichten, Kultnacht, wir lieben Schlager und wir lieben Sie. Noch lange nicht zu Ende. Ihr L-Team! Bis bald! Tschüss!